Was für ein Nonsen! Muss man erst mal draufk- Muss man erst mal drauf kommen. Wir sind draußen, aber alles stirbt frei! Wir treffen uns auf der anderen Seite der Brücke. Der Hubschrauber ist bald da! Laura, der muss mitwählen! Hier explodiert alles. Ähm, Hilfe! Laura, mach doch hin, da brennt alles! Ja, sieh! Aber du solltest nicht mehr, was denn ich nicht mehr? Du solltest nicht mehr hier nehmen! Auf die Verwalt! Hilfe! Wir sind in der Hand! Hilfe! 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 Oh mein Gott. Okay. Die neue Königin? Hoho. Tschüss. Laura. Hast du es gehört? Sam ist im Freien. Es brennt alles. Lacher, immer so neugierig. Alles stürzt ein, alles verbrannt. So, runter. Hoho. Oh. Er hat sich dann nur selbst in die Luft gejagt, wie cool! Ist hier noch wer? Wo gehts lang? Ich komm mal ne drüber, oder? Oder doch? Ich dachte, ich komm ja ne drüber. Aber nein! Aber wir können noch ein bisschen luden. Okay, hier brennt's nicht mehr, was ist rauchig. Lara, du lebst? Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, ja, Sam ist da drin. Aber ich kann Sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Wittmann. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn's sicher ist. Der haut ab. Der Typ, dem Typ ist nicht zu trauen. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Hemikos Blut fließt durch deine Aden. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Matthias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich, klar. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen. Von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Lara. Oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor euch drehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Whitman. Whitman. Wozu hell ist er? Ja, komm. Lauf, Lara, lauf! Pass sie! Zurück! Zurück in den Drohensaal! Ich komm schon irgendwie raus! Wer muss er? Oh! Ja, ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen. Oh, meinst du... Die waren ganz schön übel. Dreckige Lampen hier. Dieses Geblenden. Ähm... Okay, wir brauchen normale Pfeile. Wir müssen echt gucken, dass er heute... Wir werden jetzt ein bisschen mit Pfeil und Bogen umgehen, damit wir... in der Munition länger was haben. Cool. Also das war jetzt der Ausweichskontakill. Kann ich noch sagen? Ja, hat sich gelohnt. Kann ich nur empfehlen. Also im Vergleich zu allen anderen Skills hat Matt das... Die bepanzerten Gegner sind nicht ohne. Oh, scheiße, scheiße. Das war jetzt nicht ohne. Oh, nein, nein! Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt gerade hin muss. Ich muss dort oben hin. Okay. Ja. Das war's mit dem Verstecksspiel. Wir sind so fettig, bitte. Granatenwerfer. Nee. Ein Sturmgewehr dran. Das lässt sich sehen. Das lässt sich sehen. Okay. hier Okay. Komm, fall um. Dann noch schon wieder einsammeln. So. Zeugs looten. Wir haben ein Lager erreicht. Hoppa. Und, ich hab gesehen, wir haben genug Bergungsgut, um wieder was... Pumpgun, Waffenmodifikation, Schützen, Graben, Schrot, Flinte zu Pumpgun. Sehr schön. Und wir haben einen Fähigkeiten... Hier war das mit... Ausweichskonto und Ausweichskontakill. Ausweichskillmeister können wir noch nicht. Tödlicher Nahkampf. Nein, wir gucken noch, was wir jetzt hier noch alles haben. Äh, mehr Belohnung, also mehr XP. Hm, naja, ich glaub wir nehmen das dann. So. Und jetzt. Waffen upgraden. Erstmal, Pumpgun hat ein paar neue Sachen freigeschaltet. Beim Bogen haben wir immer noch alles. Ja, Bogen ist fertig. Ähm, Schrotflinte hat so einiges Neues. Ähm, Gewehr ist aber für mich interessanter. Ja, da werden wir das freischalten. Ja. Die Handfeuerwaffe ist auch fertig. Okay. Okay, dann fehlt's eigentlich nur am... Ne, das Gewehr ist jetzt auch fertig. Das sind die Schrotflinte, die man noch nicht fertig hat. Okay. Okay, ein Magazin. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm, mehr Schaden ist auch immer gut. Und ja, bei dem Rest, ähm... Ja, dauert noch. Aber, wir haben wieder... Ja, Bogen ist halt 50%. Ähm... Schrot ist halt noch so ein bisschen kleiner. Aber Gewehr, Handfeuerwaffe auch ein bisschen gut mit dabei. Warum blinkt das noch? Hab ich ein neues Outfit? Nein. Okay. Nein. Nein.